Das ist ja ein ganz besonderes Exemplar. Hey, das ist ja ein Hammer. Warum ist denn der aus Holz vorne? Damit der Pfeil nicht gespalten wird. Für Nägel ist der wohl weniger was. Nee, für Nägel ist der nichts. Kann ich Ihnen nicht ein bisschen helfen? Ich übe gerade Hammern. Helfen? Na gerne. Na hier, reifen Sie mal zu. Und hinten anfassen. Und schön mit Schwung, dann hat der Hammer richtig Kraft. Also, hinten anfassen. Schön mit Schwung. Richtig so? Das war gut.